Nicht so weit nach hinten! Muss alles so laufen, wie die Kamera das möchte, nicht? Wie es für Hund gut ist. Jawoll! Jawoll! Ja prima! Nee, die müssen herkommen, weil es da hinten so dunkel ist. Fein! Siehste, sind die Griffe doch zu fast gut? Ja! Was ist denn sonst? Was ist denn sonst? Es ist ostdeutsch. Das war ostdeutsch. Ja, noch weiter ins Dunkle, klar. Entschuldigung! Es geht ja um den Hund, nicht um den Film. Das Mindeste, Entschuldigung. Jawoll! Super! Ja! Ja! Jawoll! 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 Aber jetzt geht es in Zelle. Auch im Sinne des Hundes. Die schlechte Arbeit macht beim Dunkeln. Das Schenken dann im Helden. Welche schlechte Arbeit! Fein! Oder meinst du, wir lassen... Super Gonzo! Komm! Mitten ins Bild! Das ist super! Wir werden jetzt gerade hier ausgeschoben, schließen ein Stückchen weg. Jetzt machen wir auch ein bisschen Stress und wenn ich gleich sage, lassen beißen, lassen da rein beißen. Gut! Fein! Wichtig! Wir müssen erst mal leeren! Ne, Pennechen? Fein! Der ist ja wie Baxter! Auf Geräusche! Jawoll! Langsam wieder her! Ach! Ach! Jawoll! 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 Super! 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 Du Arschloch! Ich wusste es! Jawoll! Super! Toller Typ! Hi! Toller Typ! Hi! Toller Typ! Klasse! Klasse! Fein! Super! Tja, der Hund hat das super gemacht! Klasse! Das reicht mal die Arme zu kurz! Lauf mal! Ja hier! Da hast du es! Da kriegst du mir voll! Du hast du es! Du hast du es! Du hast du es! Du hast du es! Nassi! Ja! Ja! Nassi! Nassi! Der Helfer macht wieder mal Pause. Dein Hund macht ganz komische Geräusche. Das sind die Obi-Leute. Ihr dürft doch nie ein Chihuahua oder so haben, wenn ihr an der Leine rupft. So, auf damit. 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 So, auf damit.